So Leute, noch kurze Info vorweg, bevor es losgeht, erstens mal OBS, respektive Elgato hat mich so ein bisschen gemobbt und zwar leckt die Aufnahme ziemlich, meine Facecam hat mich gemobbt, weil ich konnte den Greenscreen nicht rausgehen, aber das ist kein Problem, ich habe jetzt keine Facecam, ist aber auch egal und ich wünsche euch trotzdem viel Spaß, ja, viel Spaß jetzt. Hallo Leute und herzlich willkommen zu Luigi's Mansion, heute tatsächlich, wir gehen jetzt ins Öko-Haus, weil das ist der neue Button, den wir bekommen haben, also knapp halt, ja, nur noch kurz was trinken, gut. Ich hoffe, mein Mike stört euch nicht so fest, aber naja. Okay, interessant, ich hoffe auch nicht, bei mir spaktet der Ton so ein bisschen rum, weil du kannst, du musst den Öko-Stöpsel auf einer Seite ausnehmen, so. Ich mag das nicht, wenn beide drin sind, aber egal, ähm, ja, ich weiß halt nicht, ich weiß nicht, ob euch der Ton auch so ein bisschen verpackt ist, ich hoffe nicht, ansonsten tut's mir leid. Okay, ähm, ich weiß nicht, weil die Nase juckt, bei diesem Bart, aber auch. Okay, ich glaube, wir ignorieren die Pflanzen erstmal. Geh doch da rüber jetzt, achso. Noch mal, äh, hier. Ich denke schon wieder ein Bus, ja. Oh Gott. Ah, kein Bock. Mitten da kommt noch irgendwas. Oh Gott. Ah, das war ja klar. Nein, ah. Oh Gott. Und hier rutscht hier wieder alles runter. Ey, das ist so nervig. Naja, egal. Okay, ähm. So, ey. Und wie spüren wir den jetzt auf, diesen alten... ...geist? Jetzt hier auf. Ne, okay, schade. Oh Gott. Ne, jetzt müssen wir hier entlang. Oh. Ah, warte, ich hab ne Idee. Komm schon. Komm doch das blöde Ding an. Ja, so. Oh, oh. Bitte, Framba hat geklappt. Oh mein, ist das jetzt? Riesenananas, oder? Alter. Oho. Okay. Übrigens der Soundbank nicht mehr herum, wenn wir sie hier... Oho. 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 Auch bewusst, spezielles. Vielleicht kann ich die auch so erfüllen. Ohja, tatsächlich. Ich überlege eben schon mal nichts zu krasses. Geld aber. Brauchen wir Geld? Angst schon. Weil unser Typ hat uns hier beauftragt. Professor Igitt. Haha, Igitt. Hat uns beauftragt. Geld zusammen. Hallo. Hallo. Will er nicht auf... Oh, ne, warte, ich... Wer ist denn? Hm. Ich bin hier glaub gar nicht weiter. Ich glaub wir müssen doch hier durch. Ah, hier ist ein Tier. Oho. Ja klar. Aber ich kann den nicht öffnen. Oh. Ich weiß nicht, ob das das Problem war. Oha? Oha. Oha. Oho. Kann ich die nicht wegsaugen? Sooo. Wir holen nochmal so einer. Oi! Oha. Oh oh, ich will kurz zuerst die wechseln, genau. Jetzt dieser Geist hier einsaugen. Oh, die hat ja nichts eingefangen. Oh, ich weiß nicht. Oh, Leute, da ist mir vorhin... Da ist mir die Softbox ein bisschen rausgegangen, aber das ist kein Problem. Ich hoffe, da sei jetzt nicht zu krass in der Aufnahme drin. Was ist denn hier passiert? Irgendwie so ein bisschen japanisch, oder? Oder chinesisch, oder? Hey, japanisch. Das ist gut. Nicht so, dass ich die Westen sein gehe. Oh, lele, hab ich gerade nicht irgendwo reingekommen? Ich weiß es nicht. Wo ist das denn? Eine goldene Maus, ne? Das wäre gut gedacht. Okay, eigentlich können wir hier einfach wieder durch. Alle, die Z Susanne. Ich habe keinen Leid, finde ich einen Monat. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht... ... Ok? Und jetzt? Ah, hier. Ich bin hier allein. Ich glaube, wir müssen auch hier rein. Die Bündnis ist vielleicht so weg. Ich glaube, es ist eigentlich auch nicht so richtig. Gucken wir mal, ob wir überhaupt noch weiter kommen. Ah ne, wir müssen hier durch. Oh Leute, die geben sogar Scharen. Schön, das Ganze kommt ja aus der Trilletze. Hm. Hier unten können wir ja mal vom Auge nicht nutzen. Hm. Nase juckt. Ähm. Woher auch nicht? Mit dem Saugschuss. Hm. Warte, ich hab ne Idee. Könnte es sein, dass wir das ja auch machen müssen. Ah ne, deswegen ziehen wir das ja auch ziehen. Ja, nein. Okay, knoch. Oh ja! Okay, ja. Ja, der Fja war. Das ist ein Barsch. Das ist ein Barsch. ja oh okay ich kann die Luchy auch machen jetzt legen wir das weg machen. Okay. Oh, jetzt auch. Ich bin lustig. Der ist da nicht gut, oder ist der im Übel? Oh Gott. Oh, nee, nicht schon wieder du. Oh Gott, mir liebt der denn. Boah, Digga. Wenn man das denn nicht... Oh oh. Ah, er sieht nichts. Deswegen müssen wir ihm auch erst die Blätter wegnehmen und danach können wir... Aua. Oh, ja. Ja, ja. Oh, doch. Oh Gott, zum Glück hab ich ihn noch erwischt. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Die Gestik ist lustig von denen. auch schon wieder auch noch zusammen ich weiß ja wieder zu funktionieren genau okay perfekt ich bin bereit, oder? ach, schon hier äh, luigi, kannst du laufen? Oho, Alter! Nein! Oh, aber das... Ey, wie soll ich das denn schaffen, Mann? Breck hier noch wegen dem... Einfach ziehen. Oh, Gott. Jetzt kommt er. Oh, wie viel. Oh, Gott. Der wird... Ja, ist ja gut, ich check's. Nicht der größte Bot. Was ist jetzt hier schon wieder? Oh, Alter. Jetzt geht's einfach rein. Das ist eine Mörderwaffe auf jeden Fall. Oh, Gott. Heechi, hä? Ach so. Nein, wir essen das Spiel kurz. Oh. Oh, Gott. Ich schweiß mal auf das Geld, weil... Wir müssen auch weiterkommen. Oh, Gott. Alter, was denn... Das ist schwer. Warte mal, ich hab ne Idee. Können wir... Echten Fluichi gemeinsam? Ja, perfekt. Alter, bin ich gut. Oh. 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 Ey. Das Green Screen Effect jetzt trotzdem funktioniert. Sonst halt nicht. Hier, da muss ich, ähm... Aber wieso gehen denn das ständig raus? Ich check jetzt gar nicht. Oh. Das ist ja noch unser Papier. Ich krieg' ich auch nicht. Wow. Also wir sind eigentlich gar nicht so schlecht. Oh, yes. Ich kann kurz gucken, dass ich das nochmal anbekomme. Ich weiß nicht, ob es einfach so ein bisschen zu heiß ist gerade, dass die... ...sozusagen nicht ganz... ...fertig kommt mit der Temperatur. Das könnte tatsächlich sein. Auf was. Ich hab' ich nicht aufgepasst. Wahrscheinlich. Warte mal. Warte. Wahrscheinlich. Ja. 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 So, weiter geht's. Interesting auf jeden Fall. Oh, hier ist jeder. Ops. Das Ding ist... Oh, nicht runterfallen. Das Ding war es nicht. Oh, das ist ja sogar los. Wie geht's? Wider sind sie noch da? Oh, hier ist jeder eine Zäge. Nein, wie du weinst du den Wunsch? Oh, du weinst du den Wunsch? Oh, du weinst du den Wunsch? Hey! Woh-oh-oh! Juhu. Nein, noch. So, jetzt. Wo denn? Also, jetzt. Hä? Jetzt hin? Ich sehe nichts. Da hinten ist aber ein Dings, oder? Da kann doch Luigi rein und... So. Oh. Nice, aber... eigentlich nicht das, was ich wollte. Na ja, geil. Oder jetzt bin ich hier gefangen, oder was? Ich bringe die hier was. Oh, toll. Ich hätte eine goldene Spinnen. Aber wie kommen wir hoch? Ah, warte mal. Jetzt können wir doch da raufspringen, oder nicht? Oh, wie hüppig. Oh? Oh, was ist das? Autsch. Oh, oh, was ist denn da gefallen? Ich habe Luigi-Echsen, oder nicht? Oh, oh. Was war da gerade los? Ich geh rein. Oh, okay. Oh, der hat sich angefangen. Ja. Yippie. Yippie Yippie Oh Toll Mitten im Fluss gibt es noch einen krassen Boss, der auch noch ein halbes Jahr dauert Als es das gibt, kommt es erst in der nächsten Folge So, komm jetzt Warte Voll weggedrückt Okay Komm jetzt Mann Ah, ich muss glaube ich hier vorne sein, ja? So, knapp, ey Uiuiui Das auch Was? Wieso sie dran sind? Wann ist das noch ein bisschen weiter? Wann ist es doch nicht? Nee doch nicht. Wann ist das passiert? alles mitgekommen ich hab ne idee ja noch safe so und jetzt mit fluigi erstmal noch kurz die kreie weg wenn wir die so besiegen dass das rätsel ist lösung na dann let's go was machen wir jetzt warte mal ich hab ne idee aber doch vielleicht doch gar nicht ich weiß auch nicht wieso leute es tut mir leid ich versuche es in nächster zeit dass das nicht mehr passiert jetzt geht es weiter hier ist das weil ich die einsaugen Komm doch. Komm doch. Oh, alles ist los. Komm schon, mach dich kaputt. so habe ich dich tut mir leid alter mann aber das geht gar nicht ich würde hier auch hier sind jetzt eine neue Oh Schatten, oder muss los? Oh ne, muss ich... War das dann hier? Genau. Das hier wird... Alter, der fliegt eine Glied, ganz gefickt. Platz, wir müssen einsorgen. Für den Bossfall nehmen wir trotzdem rein, weil der ist ziemlich easy. Achso, im Gegensatz zu anderen, sag ich jetzt mal. Zum Beispiel gegen Mozart, Wolf, äh, weiß ich nicht. Oh ne... Someone hier... To mir... Okay, das ist eigentlich kaputt. Hallo, ich bin hier, das kann mir nicht so schwierig sein, Bruder. Oh, nice. Oh ne, oh. Heiß. Oh, wie soll man das? Oh, jetzt schalt doch an. Hier. Drüben bin ich. Also ganz unzählig, das müsste doch die Pflanze langsamer werden. Ja, genau. Ja, genau. Beide. Komm, 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 komm. Oh. Damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Oh man. Ich hab die eigentlich auch zu mal gesehen. Oh man. Ja. Hey, wieso gehen denn die alle kaputt? Oh man. Hom, jetzt wachst aber schnell. Das ist doch nicht so ein Ding. wieso kann es jetzt alles verstören ist ja das muss ich jetzt machen Und dann hält das doch jetzt hoch auf mein Gottlieb, das ist doch falsch. Hey. Aber ganz ehrlich. Aha. Jetzt will ich die Motorräder gehen. Oh du bleibst schön hier. Und dann ist noch KT. Oh du bleibst. Oh du bleibst. Oh du bleibst. Bye. Super. Ach so, jetzt muss ich das noch gießen. Alter, heißt das anstrengend, ey. Mit einer krassen Gießkanne halt. Ach, Mensch, Junge. Menschenskinder. Ja, wir haben es geschafft, Leute. Okay, Leute, das war's mit Luigi's Mansion 3 für heute im Gärtnerrand. Ja, ich hoffe, es hat auch Spaß gemacht, trotz dass hier ein paar Probleme gehabt, technische, aber ist eigentlich egal. Auf Wiedersehen für die Folge Luigi's Mansion 3. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.